Ein Märchen aus Litauen Der kluge Alte Eine Produktion von Zücks Hörbuch Es war einmal ein König, der besaß einen sehr schönen Vogel. Eines Tages aber blieb die Käfigtür offen und der schöne Vogel flog davon. Ein alter Mann sah ihn auf einem Strauch sitzen, schlich an ihn heran und fing ihn ein. »Was mache ich nur mit dem Tier?« fragte er sich. »Es kann mir ja nicht sagen, wem es gehört.« Zufällig kam ein Händler des Weges. Jesus, der hatte schon erfahren, dass der König seinen Vogel suchte, denn überall in der Stadt sprach man bereits darüber. »Der König, der hat einen hohen Finderlohn ausgesetzt.« Nun hätte der Händler ja dem Alten den Vogel abkaufen können. Aber auf ein solch unehrliches Geschäft wollte sich der alte Mann nicht einlassen. »Also gut«, sagte der Händler schließlich, »wenn du mir dafür die Hälfte des Finnerlohns gibst, will ich dich zu dem Mann führen, dem der Vogel entflogen ist. Er wohnt im Schloss des Königs.« Der Alte war mit dem Angebot einverstanden und die beiden gingen zum Schloss. Als sie eintreten wollten, hielt sie der Posten am Tor zurück. »Das ist ja der Vogel des Königs«, rief er, »gebt ihn mir und ich will ihn dem König bringen. Sonst lasse ich euch keinen Schritt weiter.« Sie feilschten und stritten, bis zuletzt der Posten sagte, »Also gut, wenn du mir die Hälfte der Belohnung gibst, die du vom König für den Vogel bekommst, will ich dich durchlassen. Ich habe die Hälfte des Finnerlohns aber bereits dem Händler versprochen«, erwiderte der Alte. »Ja, dann gib mir ihm die Hälfte von dem, was dir noch bleibt. Damit werde ich dann zufrieden sein.« Der Alte musste wohl oder übel in das schlechte Geschäft einwilligen und stieg mit dem Händler die Treppe zum Thronsaal empor. Vor der Tür stand ein Offizier der Garde. »Das ist ja ein Vogel des Königs«, rief auch er, »gebt ihn mir und ich will ihn dem König bringen. Sonst lasse ich euch keinen Schritt weiter.« Nun feilschten und stritten sie wieder, bis zuletzt der Offizier sagte, »Also gut, wenn du mir die Hälfte der Belohnung gibst, die du vom König für den Vogel bekommst, dann will ich dich durchlassen.« »Ich habe die Hälfte meines Finnerlohns aber bereits dem Händler versprochen«, erwiderte der Alte. »Dann gib mir eben die Hälfte von dem, was dir noch bleibt«, sagte der Offizier. »Die habe ich bereits dem Posten am Tor versprochen.« »Dann gibst du mir eben die andere Hälfte. Ich will auch damit zufrieden sein«, sagte der Offizier. Dem Alten war das gar nicht recht. Aber er wusste sich nicht anders zu helfen, und so willigte er in die Abmachung ein. Als der König nun seinen Vogel zurückbekam, war er außer sich vor Freude. »Was willst du zum Lohn?«, fragte er den Alten. »Ich will dir jeden Wunsch erfüllen.« Der Alte dachte nach. »Wenn ich zwölf Rubel verlange, bekommt der Händler sechs und der Posten drei, der Offizier die anderen drei und mir mehr bleibt nichts. Verlange ich zwölfhundert Rubel, bekommt der Händler 600 und der Posten und der Offizier teilen sich den Rest. »So viel mir auch der König geben würde, ich gehe auf jeden Fall leer aus. Da kann ich dem König ja gleich den ganzen Finderlohn ersparen.« Dann hatte der Alte plötzlich eine noch bessere Idee. »Hedler König«, sagte er, »ich will als Lohn hundert Ruten hiebe.« »Für deine Ehrlichkeit und deine Mühe hundert Ruten hiebe? Ist das dein Ernst?« »Selbstverständlich, Majestät, ich weiß genau, was ich will.« Der König schüttelte zwar den Kopf, aber was er versprochen hatte, musste er wohl auch halten. Darum befahl er, »Hofmarschall, bring die Route!« Dann sagte er, »also gut, mein Freund, lege dich dort auf die Bank.« »Einen Augenblick, erlauchter König«, sagte der Alte, »ich habe die Hälfte meiner Belohnung dem Händler versprochen, der mir nicht sagen wollte, wem der Vogel gehört. Er wartet draußen vor der Tür auf seinen Anteil, und ich will ihm gern den Vortritt lassen.« Der König ließ den Händler in den Saal holen. Freude strahlend stellte er sich vor den Herrscher, in der Hoffnung, jetzt ein hübsches Sümmchen auf die Hand zu bekommen. Stattdessen erhielt er fünfzig wohlgezählte Streiche auf das Hinterteil. Jammernd und heulend floh er aus dem Schloss. »Nun, Alter, du hast deinen Spaß gehabt. Jetzt bist du an der Reihe. Lege dich also auf die Bank.« »Noch nicht, Majestät«, erwiderte der Alte wieder, »die Hälfte der anderen Hälfte hat der Posten am Tor verlangt, der mich nicht ins Schloss lassen wollte.« Daraufhin ließ der König auch den Posten vom Tor zu sich rufen und ihm seinen Anteil am Finderlohn mit der Rute auszahlen. Als der König dann den Alten ein drittes Mal aufforderte, sich auf die Bank zu legen, schüttelte dieser wieder den Kopf. »Ich bedauere sehr, Majestät. Aber für mich wird wohl nichts von der Belohnung übrig bleiben. Die zweite Hälfte meines Anteils musste ich nämlich dem Offizier versprechen, der mich nicht in den Thronsaal lassen wollte.« So ließ denn der König zuletzt auch den Gardeoffizier mit der Rute auspeitschen. Er und der Posten vor dem Tor wurden noch am selben Tag entlassen und vor Gericht gestellt, weil sie sich so unehrlich verhalten hatten. Der alte Mann wurde in den Thronrat aufgenommen. Zusätzlich erhielt er vom König einen Beutel mit Goldstücken. Nicht nur für den Vogel, den er wieder zurückgebracht hatte, sondern auch für seine Klugheit.